Ja, deswegen meine ich ja. Ich glaube erst nicht. Ich glaube eine Woche haben wir noch. Ich denke auch. Also eine Woche mindestens. Ja, aber Pre-Patch zu spielen lohnt es nicht. Palestine. Nochmal. Damage Totem steht. Hotscht. Hab dich. BK. Okay, Hexer. Nein, 빨리. Sunny? Nein. Hexer? Ab in, hat in line. Das ist weg. Ja, ja. Ja, ja. Hexer. Hexer. Ja. 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 Ja, ja. 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 Keiner. Ah, wieder 1zc. Ja, du bist in dem 1zc so schnell gedroppt. Ach, schnell nicht. Ich bin aus Ewigkeit von 30%. Ah. Ach, Gott, der ist jetzt im Pots. Oh, scheiße. Das ist egal. Ah, das war gut. Das war auch sehr schnell, Mann. Der war so unglaublich, ey. Das kapiere ich nicht, wie der... Oh, ey. Da gibt... Ja, gut, okay. Ich meine, es hätte so oder so ewig gedauert. Zweimal Sack. Zweimal Bob. Oh, die Bob hast du ja relativ schnell runter gehabt, aber der toppt sich halt da viel zu einfach. Das ist echt kacke. Der Hexe hat nicht mal Damage groß machen können. Also, Gesamtzeit. Du bist nur einmal richtig cc'd worden, Manu, oder? Nee, nee. Also, ich habe schon... Haka und der Spells gefaked. Aber einen oder zwei habe ich auch gefressen. Okay, gut. Na gut, du hast das Link... Wolltest du wahrscheinlich nicht stellen, oder? Oder hast du überlegt... Ich konnte es dann auch gar nicht mal, weil... Ich habe gedacht, ich kriege ihn so und dann, keine Ahnung, kamen zwei cc's hintereinander und dann... War es auch schon vorbei. Okay, ne, kein Ding. Also, mit Link jetzt hätten wir es wahrscheinlich schon erlebt, meinst du? Ja, ja, klar. Ja, gut, ich war ja gleich voll live. Okay, jetzt... Silence und Winter Freeze und... Ich weiß ja jetzt nicht, wenn du einen Silence abbekommst, soll ich dich dann direkt rausholen? Oder soll ich dich nur aus dem 4 rausholen? Weil ich kann nicht nur aus einem rausholen. Silence kriegst du... Ja, gut. Silence hat ja keinen zu langen Zeit. Fällt maximal zwei Sekunden. Ja, weil ich... Dann lasse ich dich nämlich... Dann lasse ich den Silence, dann hole ich dich aus dem 4 raus. Weil nach dem 4... Wenn ich dich dann raushole, hast du 60% weniger Dauer auf dem nächsten 4, deswegen. Um Silence auch, aber wer silence ich denn noch? Ist das ja... Ja, ist ja nur der Shadow eben. Ja. Moment ran. Palistan? Na, hab ihn. Ne Pa, du heilst dich nicht. Hex Pally? Ne. Mach auf dich. Nice. Das war grad. Okay. Priest. Full Hex Heiler. Full Hex Heiler. Ein Bomb. Dispersion. 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 Ja, ich krieg den Nächsten. Ja, ich krieg den Nächsten. Avin. Bob. Das ist Purchtion. Woid vorn. Katz ist down. Ich krieg Marco nicht. Oh nein. Oh nein. Oh ey. Ich schau eigentlich noch neben dir als Albers Link. Was? Ja, ich hatte einen Klaube. Also der Hex hat auf mich gebürzt und bin kurz um die Ecke gegangen um mich zu heilen und in der Zeit bist du einfach komplett gestroppt. Oh man. Oh da hab ich jetzt gepennt. Das war jetzt mein Bad. Oh. Ich hab so auf den Pala geachtet. Oh fuck me. Das war echt kacke. Ja. Fitt ich auch. Ja. Fitt ich auch. Drück sie doch rein. Sag's ihm doch mal persönlich. Ja. Du bist schlecht. Du hast deinen Rechner vergessen zu erwähnen. Ja. Dein Rechner ist noch schlechter als meiner. Peinlich. Ja. Manu alles gut. Ich mach das extra so. Damit's. Nein. Damit's ihm gut geht. Weil sonst flamet er nicht gleich wieder. Ich kann's ja auch haben wie das möchtest. Nee. Ich find das viel lustiger wenn das von einer auf die andere Sekunde kommt. Ja. Ich bin schon in der Ecke und shame mich. Ja. Besser ist es. Ja. Du musst schräg hoch mit dem Pferdchen ne. Ja. Du musst schräg hoch mit dem Pferdchen ne. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin bei Michael Alex weint. Es klingt irgendwie jetzt wenn sie gerade einen Anfall bekommen oder so. Ja. Oder sie massakrieren gerade irgendwas. Mein Freund lacht mich auch die Sankte seid so blöd. Was ist das? Na die was hast du gesagt? Was ist das los? Hast du mich gestreht oder was? Was? Treffen wir uns in League of Lesbians in der Mitte, dann fechten wir das aus. Ja. Ich mach's nicht platt. Halb ich für'n Gerücht. Kannst du vor dem stehen? Da ist er. Kannst du Palli grippen? Gleich. Jetzt? Ja. Kann ich. Ich kann mich da immer nicht grippen können. Jetzt halt. Erwin. Alter Schwede. Oh leck mich am Arsch. Alles raus. Ich kreuz für dich. Halb ich immer auf Marfrage. Hab dich. Ich wolle. Palli? Bei denen rein. War der Kling? Ja. Warte Stunning. Stunning. Abel ist raus. Ah. Ah. Das ist der. Wuse 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 Wuse. Ah. Scheiße. Vielleicht wieder Damage Reduced wurde. Reduced wurde. Stehen. Yes. Die Kärchen. Die Minder. Wann kannst du das nächste Mal grippen? Yes. Ich kenne die Minderung. Halt nicht. Ich bin noch gezeht. Ja. Sagen wir den Catch. Mach. Marvin. Kann ich nicht rausholen. Ich hack ihn. Oder auch nicht. Wolles ab. Sie haben kein Treck mehr für jeden Fall. Die Minderung. Die Minderung. De Kippe. Das ist laut. Die Minderung. Die Minderung. Ich kann ihm nicht helfen. Wall. Woll läuft. Krieg dich nicht, krieg dich nicht. Mal mit Protection. Palästhan, Palästhan, Palästhan. Protection 1 down, 2 down. Nice. Nice. Okay, wir kriegen gar nichts. Ah, direkt um die Säule, aber ich konnte noch nicht. Ich konzentriere alle diese ersten zwei Larifari Games. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen. Die ersten drei Larifari. Drei. Ah, ja, ja. Das ist halt immer wie eine Weile in dein Spiel, wo ich das wieder in den Spliddens kam. Diablo versaut einfach deinen Spliddens. Ich merke das schon. Ja, das stimmt. Das ist aber auch so Braindead, das Game. Deswegen spiele ich es auch nicht. Es ist unglaublich langweilig. Es ist immer das Gleiche. Es macht null Spaß, weil immer nur die gleichen Builds forciert werden von Blizzard. Ja, ohne Witz. Die letzten drei Seasons hat sich absolut null geändert. Null. Eins zu eins selber. Was du nicht sagst. Unsuff, das ist die Season 17 oder so. Und es ist immer noch das Gleiche Spiel, weil einfach kein neues rauskommt. Nicht mal L kommt raus. Ja, aber manchmal machen sie auch die Sets anders so, dass irgendwie was anderes mal stark ist. Ja, das machen sie für einmal alle sechs Seasons. Ne, alle drei. Also drei Seasons dasselbe und dann wechseln sie es. Ja, aber es ist halt einfach seit gefühlt 50 Jahren das Gleiche Spiel, weil einfach kein L mehr kommt. Es ist ein neues Diablo, kommt einfach ein neues L. Nein, es kommt eine neue Klasse raus, die halt genau das Gleiche machen wie alle anderen auch. Was, es kommt eine neue Klasse? Nein, es kam eine neue Truppe. Ja, Nekromanzer. Nekromanzer, ja. Das ist einfach so, keine Ahnung, 20 Euro für einen neuen Charakter. Du hast keine neue Man, keine neue Story. Jetzt ist es aber, es wird immer Casual-mäßiger. Du levelst viel schneller, du equipst dich noch schneller. Jetzt hast du sogar Doppelgoblins. Ja. Die Leute wollen es halt. Die wollen nicht so viel Zeit investieren. Die wollen einfach direkt rein. Ja, du spielst drei Tage bis Paragon 600. Easy. Du hast recht ja, Freedom. Kannst du grippen? Ja, ich blieb jetzt. Javi? Nochmals da. Hatscht, Hatscht, Hatscht. Noch eingefroren. Und dann weg von den Call. Rest, Zure. Rett also. værth ready? Nein, ich habe Pakistan! Nur noch Babbel. Nice, danke. Kann ich dich holen? Kann ich dich holen? Wasst das mal w essentially? Sacrifice. weil das dann aber ist raus ich kann mich dran kannst du klüppen mach meine kannst wir müssen hier machen die gestern von der red stirbt jetzt bei der walt bei mir alles haupte ich habe ich habe die gestern wie sieht es gut aus ich bin jetzt Ja? Stunny? Nice down Arena Meister Hippalatik! Ich weiß gar nix! Erstmal ausschlagen War doch passend von mir, oder? Ich bin Arena Meister! Ich bin Arena Meister! Ich bin Arena Meister! Ich hab 56 und bin zu blöse zu nutzen! Look at me, I'm Arena Meister! Ich würde jetzt gerne einen Paladin Simulator machen, aber ich habe Angst, dass mein PC wieder abbraucht. Ein was? Paladin Simulator? Paladin Simulator, wenn du dein Gesicht einfach auf die Tastatur hämmerst? Du verweckst das gerade mit dem DK, ne? Nein! Doch! Ich muss dir nachher das Youtube-Video schenken. Was? Rank 1 Paladin! Wie spielst du das Game? Und dann macht er so ein Face Game mit dir das an sein Gesicht und dann hast du das Smash! Oh Gott! Oh, Biestleaf! Ne, Quatsch! Danke! Ja, der ist auch so ähnlich wie Pillars, nur dass er Paladin und kein Warrior spielt. Ich möchte mal sagen, versuchen wir einen Hunter zu penetrieren, hm? Was meinst du? Äh, ja! Ja! Ja, vor allem! Yes, ma'am! Please! Manu lassen wir mit Feral allein! Ah, easy game! Ah, Manu händel das! Wärst du nicht mehr gekommen oder einfach nur geflampt? Mein Gott! Ja, ich kann alles haben! Marco vielleicht nicht mehr machen! Ich hab' ein dinges Fell mit! Fuck ja! Dinges Fell, er ist ja auch für sich zu rasieren! Ich muss mich zwar nachts immer in den Schlaf, aber das muss ich eher nennen! Ja, dafür hast du ne Freundin! Dafür ist es nicht klar! Ich tue einfach immer so, als würde ich Harim nehmen! Abends weint ich nicht! Ja! Aber dafür hast du ne Freundin! Du weint sich, genau! Du weint sich in die Brust deiner Freundin, hm? Eigentlich Discojack! Der ist ein Psychopharmaka, den ich wegen dir nehmen muss, müsste er nicht erwähnen! Stern! In der Pillar! So, hey! So, hey! So, hey! So, hey! So, hey! Stand Hunter jetzt! Oh nein! Kann ich nicht stellen! Stand weiter! Alles raus von mir! Bubble noch nicht! Anstriche der H3 Htie! Die St каждый Derwerse der Ber litres! What's low? War-빙 Solution her? Weintали? Warrern ist aus's? WarrER nicht nach, aber anhand woher ist ch respektiert? Mach's euch! Den Schritt nicht! Warrern ist aus! Schöpf die genau... Ich bin sehr offen, ich habe dich, und so! In der halt! Diese Ohne weiße Ch Stefan! W summationушler nachher zurück! v touristslausler entleackert! Was ist laut? sterben bris hat's dann bris hat's dann bris hat's dann trap ich bin raus thorns ah bashed ich will ein hunter ich kann aber nicht na 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 turtle vier 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 hab dich nam 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 nice aber auch hat den neuen aaaah arena michael diszi priest immer gut er hat mich einmal geflaggt tanker die 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 schöner Nein, ich hatte jeden Abend. Doch, jeden Abend. Echt? Ja. Ist das noch nicht genug für den 14-jährigen Krieg, oder was? Ach, mir beleidigen die immer. Wahrscheinlich easy. Also es gibt einen neuen Build für die Beta. Vielleicht ist ja dann der PvP-Server endlich da. Ja, dann werde ich mal wissen, ob das nächste Expansion strong wird, dann wird wir rerollen können. Genau, du hast ja noch mitbekommen, dass es einen PvP-Server scheinbar gibt, ne? Vorhin, oder warst du da schon offline? Da war ich schon weg. Ja, es gibt seit ein paar Tagen einen dritten Server, der ist aber offline, der heißt Gladiator Sanctum. Recht kann man sich denken, jetzt gab es eben gerade gelesen, es gibt einen neuen Build. Class Changes sind schon draußen, habe ich aber jetzt natürlich nicht gelesen. Und ich hoffe mal, dass dann der Server auch online geht morgen. Das wär cool. Das wär genial. Kann ich endlich wissen, was für eine OP-Scheiße ich rerolle. Alle. Alles. Ich spiele alles, alles OP. Wie, wie, wie ihn Licht ging damals? Wie, 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 wie ein Licht ging damals. Alles OP? War ehrlich so. Wie, alles war OP. Und dadurch was wieder überlegt ist. Ne, ob unsere Seite vom Pillarfeinden bin. Genau, ich steh hier und hab' ich einfach voll langsam, ne. Monk's done? Oh, Fist Weaving. Oh nein, jetzt ist alles raus von mir. Alles raus. Let's read him. Come on, sitz, ey. Was ist jemand da mit mir? Okay. Geek es solo neu. Na, morgen noch mit der Münchner. Ja. Nein, jetzt hab ich in dem Moment, wo ich... Ist dann scheiße. In prison, in prison, in prison. Ich fand ja nix gegen tun. Ne, ich sag mal was mit dem. Also im stun kann ich dich jetzt wiederholen. Kick gefaked. Hast du noch irgendwas, Marco? Ich hab nix für dich. Ich hab nix für dich, gell. Ich hab auch nix mehr an der Diebenhandler vorbekommen. Ich hab auch nix mehr an der Diebenhandler vorbekommen. Alter Schwede. Ey. Arm, ess ab. Ja. Der Monk ist so asozial mit seiner Heilung. Was? Sondern Arena-Meister. 3 Spiele, 3 Arena-Meister. Das ist mein Wort. Nä. Was irgendwie ein Gold-Pushes oder was? Ey, ein Demon-Hunter, keine Ahnung, ist instant zu mir rein, hab mich gestund und gezählt und... Nein, der Morgengund Demon hat und der Morgengund dich hat, gib mir uns halt dreckig. Vielleicht hätten wir nicht so weit auseinander, wenn wir... Nein, jetzt Chaos nur rein, dann bin ich. Oh, die haben R-Wert, R-Wert. Holy shit, ne. Oh Gott. Ist doch ordentlich in den Knatzel gefädelt, ey. Wann haben wir gerade Reload? Alle in der Gruppe sehe ich nur zwei Paladine, nämlich mich. Nice! Ja, ich hab echt nur zweimal Drownedort. Ich hätte so viel nie anders aus gedacht, was? Ich hätte so viel nie mehr anders. Du hörst ja nicht nur so, du siehst sie auch noch. Das ist unsere Arena-Meister-Dissi. Ach, ja. Hunter wieder ab. Bis 12 machen wir, ne? Ja, exakt. Ja, so wie immer dann. Ja, ich hab' ein bisschen kürzer in Marvén. Ja, es wird ja kein Ding. Das ist wieder auf der Seite vom Pillar Spiegel. Max, du hängst, zu dem Hand am Leib. Witz der Gruppe? Ah, jetzt ist es... Ich hab' glaub' wir können... Ah, das ist der Fall. Ich hab' ich das schon mal. Nein, ich hab' ich glaube' ich kann... Ausgedeckt Warte, Hunter's done nochmal Hab dich Ernsthaft Der Pels ist down Eine Pels ist down Kann ich nicht holen Stun Hunter Meinglock Nice Freedom of me Farrell, Farrell ist nicht drin Warte ich Sloan, ja Warte Stun Farrell Ab dich Warte es ab Hab mich hier unten gestinkt Wirklich Ich Ne, Bubble ist nicht raus Bubble ist nicht raus Bubble ist nicht raus Ich versuche wieder zu Wir haben Hunter Kannst du grüppen Marco Ja, was Kannst du grüppen Wie denn? Freeze Jetzt Ja, ne, jetzt ist es okay Jetzt mach nichts Hunter Kannst du dich auch aufstehen? Komm, wir gehen jetzt vorerst nicht Schießen kann auf dich Schießen kann, dann kann ich ihm nichts tun Cool Haben wir Pfiff Schreis Ich Ist es tot, wirklich? Ja. Ja. Der Arena-Meister war aber nicht drauf gefasst. Der war auf Painter-Beaut? Ja, aufm Hunter. Ja. Sehr früh schon. Okay. Na, der Arena-Meister ist aber nicht gewohnt, dass Leute auf ihn gehen. Es ist so schön wie abwertend du redest. Es ist einfach so, keine Ahnung. Jeder Spastik Arena-Meister, wir hängen auf 18% hier oben. Warte mal. Was? Hm? Was dann? Mir schreibt einer an. Where can we get that hack you're using? So you can drink it three times in a row before the real CC works. Don't worry. Was? Loll? Good report. Er fragt, wo ich den Cheat herbekommen, weil ich dreimal ihn da einander trinketen kann. Er will den Cheat auch haben und er reportet mich nicht. Was? Schreibt einfach Hashtag Redrehparler. Ja, eben. Einfach Hashtag Redrehparler. Das schreckt. Zum Beispiel ist der Arena-Meister. Wahrscheinlich war sogar der Arena-Meister, der es geschrieben hat. Ähm, warte mal. Ich kann dir doch die Fähigkeit davon geposten. Ich weiß nicht, ob du die weiterleiten kannst. Momentan ist kein Spieler mit dem... Ah, wie langweilig. Na, er hat nicht geschrieben, als er noch in der Arena drin war. Hä? Na, er hat nicht geschrieben, als er noch in der Arena drin war. Wahrscheinlich. Aber Rauski ist nämlich nicht mehr auf unserem Real Pool-mäßig irgendwas. Na? Ja, aber ich kann ihm nicht antworten, wenn er auf einem anderen Realm ist, also kann ich nicht... Doch, du kannst den Leuten antworten, wenn sie auf einem anderen Realm sind. Ja, warum geht das dann denn? Ja, weil er vielleicht nicht mehr da ist. Doch. Aber das habe ich öffertes gehabt. So werde ich nachreden. War es ein Level-1-Char vielleicht? Nein, aber direkt schriebe rein, können wir vom Obstrauissen. Also ich habe das... Okay. Also ich habe das häufiger schon, dass mich Leute... Oder habe das gehabt, dass mich Leute anschreiben mit einem Level-1. 2 Sekunden nach Fight, oder? Ja, das fragte ich... Doch. Ja, keine Ahnung. Ich sehe mir auch, dass er dich direkt danach angeschrieben hat. Ich weiß nicht, ein Ali kann dich nicht anschreiben. Ne, es waren ja auch Hordler. Ja, deswegen. Und sowas hat ein Arena-Meister im Team. Keine Ahnung von den Fähigkeiten, aber hauptsache ein Arena-Meister. Ja, das war mein Demon-Hunter. Wer war denn dieser Brustinimus von Anquil-Reihe gegenüber? Das weiß ich nicht. Das war der Hunter gerade. Das war der Hunter. War der Hunter? Ja. Aber der ist Lieder geschrieben wie ein Demon-Hunter bei mir. Im Chat. Naja, vielleicht weil der Whisper des Lieder ist. Ja, oder es war jemand anders, der dich angeschrieben hat. Ja, ja. Aber wirklich, wirklich Demon-Hunter. Dann war es vielleicht ein Kumpel von dem oder jemand, der zugeguckt hat. Keine Ahnung. Nein, das war der. Der wird genauso geschrieben wie der. Ja, Wustinimus war der Hunter gerade. Strange. Also, Diszi ist es ja scheiße. Ja, jetzt habe ich mich in einem Talent vertan. Scheiße. Ach, naja. Oh, Lexui. Hab dich. Mage Burstead. Ich versuche zu purgen. Mage ist gepurcht. Ich bin raus mit Insi, aber ich habe jetzt nichts mehr. Oh. Oh. Wollte ich nicht? Brist. Ich kriege Brist nicht. Achtung. Hab dich. Ja, ist zu schnell oder das Schöne. Ja, ich habe dich aber. Oh. 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 Ong an mir. Extrude. 2 Sekunden. Kann ich nicht holen. Eine. Das ist schon so. Ich kann mich nicht holen. Das ist schon so. Touch of death. Damage reduced totem steht. Wettgefallen ich nicht holen. Bleib auf dem Damage reduced totem. Bleib auf dem Damage reduced totem. Bleib damage. Rink it. Magedamm. Egal sheep. ich bin zu stehen mein control kann ich kann nichts machen ich kann nicht wieder aus dem stun holen und hier ist dann morgen monke slow damit er nicht rankommen achten wir fast ist dann nochmal mit geschloss dann mit Ich hab ihn auf Frost gekickt. Ah, ich muss ihn nicht ran. Frost kicked. Hab ihn. Hakan. Oh, ey. Hab ihn auf Frost gekickt. Ah, Mage ist er. Ich hab ihn auf Frost gekickt. Ja, ich muss ihn nicht ran. Oh, Psychic. Auf dich. Priest ist geslowed. Poli. Ja, Mage, ja. Ich versuch das nächste zu kicken. Zwei ablock. Ja, jetzt hat er mich. Bob mich. Longstun. Krieg dich nicht, nein. Nix. Ich kann hier nicht raus. Zehn Sekunden noch. Halb. Oh, halbe Minute noch für Bubble. Es ist so ein Blitz wie nur noch Arenameister gegen uns kommen. Schon wieder, tatsächlich. Zwei sogar, diesmal. Ey, ich kann spiel zu den Hubeln so und komm mit Arenameister. Ja gut, die spielen jetzt hoch, ne? Ja, die hatten aber zwei Keime mehr, ne? Ich bin die ganze Zeit bis die Arenameister. Ja gut, das waren... Ne, die haben jetzt 60... Genau 60 immer mehr Mehrkampf. Wir haben selber fast 1900, ne? Ja. Oh Gott. Ja gut, Spolis. Also ich kam irgendwie kaum noch an den Magier ran. Bei dir ging's noch an die ganze Zeit. Die waren so schlecht. Ich versteh's ja, ich hab so ein unfähiges Spiel, Arenameister haben wir einfach. Keine Ahnung. Bei dir ging's ja noch. Weil der hat beide Blocks draus gehabt. Bei uns hat ein paar raus, die hat nichts mehr. Und du hast das Arenameister. Aber das Problem ist halt, keine Ahnung, wenn sie dich in einer Combo kriegen, kriegen sie die in einer Combo und dann das Gang facken. Bei uns hat er die Augen. Wie war das, der Holy Priest hat Schwierigkeiten, hat bei AE Schaden, hat er kein Problem. Aber bei Single Tage hat er Schwierigkeiten, war das nicht so? Ja. Es geht. Und wollen wir die meisten. Ich hab rein aus seit MOP kein Holy mehr gespielt. Ich hab keine Ahnung. Also ich meine, mich ernst entsinnt zu können, dass der Holy Priest bei mehreren... Ja genau. Aber auf einem hat er dann Schwierigkeiten. Er kann allen gut heilen, aber es ist teurer. Ja, okay. Dann geht er oben. Gut, wir gehen mit dem Hunter. Aufpassen, dass er nicht. Und wegbursen. Habe ihn gesloten. Priest, läuft. Mit Stunt. Priest. Hopp. Hunter stun, Hunter stun. Hunter stun, Hunter stun. Bursing shot. Däusch gegen dir. Ja, es ist bubble. Noch nicht, noch nicht. Jetzt ist bubble. Du hättest nicht so doof im Kreis reisen sollen, eben. Das war halt killer. Ja, das war kacke auch. Ich wollte das auch so gar nicht. Ich hab das... Chris, Hunter stun, Hunter stun, Hunter stun. Ich seh' euch nicht. Ah, das war's. Ey, ne, das war scheiße am Anfang. Ja, das... Ach, du musst schon aufhören, dein Stun einfach so rauszuholen. Ja, Alter kann ja immer bloß heilen, wenn er nichts erzählt hat. Ja, nur wenn der low ist und nicht den Stun kann er nichts machen, dann muss er mit Insie raus. Oder er wird dispelt und jetzt kassiert er halt weiter Schaden. Wenn er schon los ist. Das war der Abgrund, deswegen ich den gestunnt hab. Weil der Hunter hat ja am Anfang gut kassiert. Ja, der Hunter hat gestunnt, der hatte voller HP. Was? Der hat keinen Rückzug gemacht, dann hast du ihn gestunnt. Mit voller HP. Ja, ja. Muss ich gucken. Ich mein, ich hab'n gestunnt, als er weniger Lifer, ist ja egal. War verkehrt. Das Problem ist, den Hunter, den Priest kann ich nicht stunnen, weil er Holy Word hat. Ich wollte ihn jetzt dann, als er bei uns war. Aber dann war ich A selber CC, dann hat er Holy Word drauf. Dann kann ich ihn eh nicht CC. Kann man das dispeln? Ne, ne? Ja, klar. Okay, gut. Was hat denn das eigentlich für einen cooldown? 30 Sekunden. Genau so lange wie es hält. Ah, okay. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn es geht, direkt einfach purchen. Dann kann man direkt CC'n. Das ist halt schwierig, wenn du Stun, into Stun, into Busting, into Trap bist. Ich weiß, ich weiß. Das ist ja sowieso, ich stehe in dir und die Trap trifft sich trotzdem. Das ist doch dumm, sowas. Das hat man vorhin doch gegen das Jungle Team. Wir stehen alle drei zusammen und Marco, äh, Manu wird CC'd. Ja, das ist so dumm. Keine Ahnung, ich mal am Handschauer auf jemanden werfe. Der, der, der Gegner steht nur etwas weiter seitlich, trifft sich den anderen. Ja, Mann, das ist total dumm. Aber ich stehe in dir drin, muss ich nix. Ne? Mhm. Ich bin doch bescheuert. Boah. Tja, was war man? Ile? Ja. Ja. Boah. Ich weiß halt nicht. Na klar, Vori Swap. Du, wenn wir hier rausraten, vom Bär erwischen, ne? Ja. Ah, ist dann. Vori. Okay. Schau mich. Exit. Nice. Wenn du grüppn willst, grüpp. Ah, cool, dann. Sieben Sekunden. Okay. Warte, ich stun ihn so. Tobi. Ah, fuck, schön. Was? Ja. Ja, ich hab was gezogen, Alter. Ich kann sagen, er hat's. Oh, ich drin lieg. Zieh du das? Ja, ich hab's gezogen, Alter. Nicht Grund. Oh, boy. What's going on? Ich glaube, wir machen Schluss. Ja, da wollen wir jetzt noch ein, zwei Spiele machen. Na ja, die Schott sagt. Okay. Ist so geil, wie er dich anschreit. Ich weiß auch immer, warum er so salzig wird gleich. Ja. Zieh was, Zieh was. Halt, Zieh was. Ich wollt's grad sagen, du hast... Ja, ich wollt's halt mehrfach wiederholen, bevor's wieder runter geht. Und von wegen, ja, ich hab nix gehört, das wirst du machen sollen. Dann musst du das schneller sagen. Zieh, 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 Zieh. Du was, du was, du was, du was, du was. Ich glaub, es hat ihn ja gar nicht mal so versetzt. Ey, Lichertraum, Brun. Zieh doch was. Lichert immer, Bubble drin mit eisige Gegenwehr aktiv. Zieh doch was. Die eisige Gegenwehr hat mich jetzt nicht gehört, aber ich hab die Bubble halt gesehen. Ich hab halt bei 45% bei mir was gesagt, zieh was. Und bei ungefähr 10% kam eisige Gegenwehr ohne den, äh... Ja, der hat... Marco hat aber schon scheiß viel Damage auf einmal kassiert. Auch in der Bubble. Ja. Ich glaub, da kannst du das gleichzeitig alles ziehen. Ich glaub den Worry in der City-Bubble auch, ne? Naja, der Schaman. Ja. Aber wenn ich gefeiert bin, kann ich nicht mal in die Gegend erzünden. Eben, und der Schamana macht auch mehr Schaden. Als der Worry. Na klar, aber du hast ja noch einen Fläschchen. Ja, aber dazu... Er muss er, äh... Er muss er halt ziehen. Er muss er Schaden machen. Weil er das dann nicht kann. Danke, Spiel. Einfach ab ohne Fehlermeldung. Alles klar. Oh. Beeldet sich einfach ohne Fehlermeldung, ohne nix. Mach tschüss. Ah, komm, Freude. Oh. Oh, ernsthaft. Okay, jetzt hören wir aber auf. Jetzt hat's gleich keinen Wert mehr wegen einem Spiel. Heute ist jetzt irgendwie der Wurm drin. So, anfanglich ist gut und jetzt ist irgendwie hart der Wurm drin. Ja, was willst du machen? Ist das halt. So, dann verabschiede ich mich grad mal vom Stream. Ah, boy. So, also wir waren am Schluss. Hat er dann jetzt grad irgendwie nicht so den Wert. Wenn Marco das Rechner abschmiert. Ähm. Ich werd euch Bescheid geben, wenn man das nächste Mal ist. Einfach auf Twitter schauen und dann. Sehen wir uns dann. Ich wünsch euch einen schönen Abend und bis denne. Tschüss, tschüss.